So ihr Lieben, heute wird ausgesät. Anfang September geht noch einiges. Ich habe hier wunderschönes Grünzeug, das jetzt ganz gut in die Aussaat kann. Im Freiland die Winterposteleien, die muss man sogar noch im Kühlschrank vorkeimen lassen, glaube ich. Die haben 4 bis 10 Grad an Keimtemperatur. Und wenn man das gemacht hat, sehen die dann nach ein paar Tagen so aus. Wir haben auch noch ein paar Asiasalate. Da ist jetzt der Red Giant dabei, der große rote, aber auch der Queen in Snow. Ich habe den Mizuna und den Mutart Rouge. Und auch der Spinat zeigt ja die Packung schon. Aussaat 3 cm im August, September und Oktober. Und beim Feldsalat sind wir bei August und September. Aber auch viele Kressearten gehen jetzt noch auszusehen oder auch zu ernten. Das Barbara Kraut, die Winterkresse ist ein Beispiel. Aber auch die Kapuzinerkresse liegt bei mir nochmal richtig gut los. Ich glaube dir, was vorher einfach nur zu trocken. Ein bisschen Gartenkresse habe ich ja auch noch in den Schalen, die wir später noch im Garten verteilen. Wenn man die größer werden lässt, hat man eine schöne Alternative zu Rucola. Vielleicht findet ihr auch noch Jungpflanzen, die ihr jetzt direkt in die Erde setzen könnt, um nicht nochmal aussehen zu müssen. Ansonsten sehe ich jetzt schnell aus. Laut Packungsanleitung der Feldsalat einen halben Zentimeter und der Spinat 3 cm. Das wird gut angegossen und in der Zeit baue ich ein neues Beet. Ich habe festgestellt, die Hanglage ist nicht sonderlich günstig, wenn es so wenig regnet. Deswegen nutzen wir jetzt die Steine, die wir noch übrig haben in Mengen und auch die Tonrohre, die wir hier bekommen haben und nutzen das so ein bisschen, ja um ja noch auffüllen zu können, damit es ein bisschen terrassenartiger wird und das Wasser nicht direkt wegfließt, wenn es mal regnet. Ich grabe hier nicht um, sondern ich nehme einfach die Grabegabel und lockere den Boden etwas auf. Ich werde ihn dann später auch noch mit etwas Material anfüllen, sodass das hier peu a peu auch wieder ein paar Nährstoffe zurückbekommt, die Erde. Ich baue die Umrandung hier etwas höher, damit das in etwa auf das Niveau von hier oben, wo der Mangold noch steht und der Schnittlauch in etwa auf das Niveau kommt und ich habe noch genug Füllmaterial. Das ergibt auch gleich eine wunderbare Abgrenzung zu den Wassermelonen, die hier ziemlich raumeinnehmend wachsen und auch der Rosenkohl kann ja daneben noch gut groß werden. So, in der Zwischenzeit ist das Beet befüllt und unsere Pflänzchen sind auch aufgegangen und groß genug, um eingepflanzt werden zu können. Zuerst schnappen wir uns mal den Spinat hier aus den Pflanzplatten. Das sind verschiedene Sorten, der Matador, der Verdil, ein Atlantico, die sind alle für den Herbst- und Winteranbau auch geeignet. Spinat kann man natürlich auch direkt aussehen, auch jetzt noch, auch im Oktober zum Teil noch, je nachdem in welcher Region ihr auch lebt. Ich habe den vorgezogen, weil hier auch zwischen dem Kohl ganz gut die kleinen Ackerschnecken wohnen, bevor mir dann die kleinen Keimlinge gleich gefressen werden, haben die so vielleicht eher eine Chance groß zu werden und so kann ich die auch gleich etwas vereinzelt setzen, umso mehr Platz die haben, umso größer werden auch die Spinatblätter. Hier daneben an den Rand setze ich noch etwas Feldsalat, da nehme ich auch die kleinen Pflanzbecher vorsichtig auseinander. Hier brauche ich glaube ich auch gar kein Werkzeug, hier reicht es einfach mit der Hand eine kleine Mulde zu machen und das vorsichtig anzudrücken, nicht nur von oben, vor allem auch von der Seite, damit die Wurzeln dann sich gut auch festhalten können und dann gießen wir auch wieder sachte an, damit sich da die Erde noch ein bisschen um die kleinen Pflänzchen legt. Den Spinat aus der Pflanzplatte habe ich hier jetzt noch verteilt. Ein bisschen Platz ist noch, ich schaue mal, was von den Salaten hier vielleicht noch gut mit hin kann. Ansonsten schaue ich jetzt auch schon wieder nach den Wintersteckzwiebeln und der Knoblauch braucht demnächst auch hier unter einen Platz. Ja, demnächst kommt ein kleines Video raus, da machen wir mal wieder Gartenrundgang, da machen wir ein bisschen mehr Erklärbär, was ja eigentlich alles gerade so wächst bei mir. Wenn ihr Lust habt, schaut jetzt gern noch die anderen Videos und habt ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Tschüss und bis bald! Bis bald!